Willkommen Leute zu, ähm, warte, muss man nachgucken. Du siehst sie, sie können create to miss it, oder wie man das nennt. Wie das du erst mal und habe noch nicht vor dem Softball abgeguckt, wie ihr schon immer tut. Hm, egal, äh, ich soll jetzt rein, es wird so automatisch, gut. Der Orangene, Junge da mit der Orangennagel heißt Timmy, das mit der Schwa-Sage heißt Maryseille und der Junge da mit der Schwa-Sage heißt, ähm, Ted und die Frau heißt Dolores. Ich muss, ich gebe einfach, die mal alle jeden Tag zu essen. Denn ich gebe das einfach zum ersten Mal. Egal. Und bald werde ich meinen Roblox-Skin verändern. Heute kommen vier Videos. Einmal von Softball, mir drei, aber sie sehen ganz nett aus. Ich frage mich auf, wie wir das überleben sollen. Egal. Hm. Aber ich brauche unbedingt diese Mini-Pad da. Gasmaske. Gasmaske. Ich weiß aber nicht, wie viel ihr es überleben soll, denn es wird knapp. Und Timmy und Dolores sind auch krank. Wo ist, ob Maryseille weiß ich gerade nicht. Und sie, äh, keine Ahnung, hätte fallen können aus. Hm. Dolores mit... Dolores kommt wieder. Ist Dolores jetzt Landwett? Und nur so ein paar Tage. Sie muss schnell zurückkommen mit Essen. Hm. Da bin ich tot. Okay, okay, Tag. 25. Ich weiß nicht, wie viel das überleben soll. Äh, es ist immer knapp, wenn das Essen. Ich weiß nicht, wie viel das überleben soll. Aber es sieht knapp aus. Aber jetzt noch gar nicht knapp. Ich immer jemanden raushicke. Mach mal einfach schneller. Die Katze ist am Bub. Das ist echt creepy. Der Ohr ist ultraschnell. Dann gestoppe ich mal so Dings. Aber ja, tschüss. J